Der heilige Krieg von John Bunyan Dritter Teil Der Rückfall Drittes Kapitel Neue Pläne des Diabolos Es steht in der Heiligen Schrift, die Erde, die den Regen trinkt, der oft über sie kommt, und dann nützliche Frucht trägt denen, die sie bauen, empfängt Segen von Gott. Wenn sie aber Dornen und Disteln trägt, so ist sie nichts Nütze und dem Fluch nahe, dass man sie zuletzt abbrennt. Ähnlich sei es mit denen, die einmal erleuchtet sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes und geschmeckt haben das gütige Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt. Wenn so die Begnadigten wieder abfielen, kreuzigten sie sich selbst den Sohn Gottes abermals, machten ihn zum Spott und brächten so nichts als Dornen und Disteln. Damit wären sie auch dem Fluch nahe, und es sei unmöglich, dass sie wieder zur Buße erneuert würden. Zu einem so tiefen Rückfall war Menschenseele freilich noch nichts gekommen. Sie hatten ihren Immanuel zwar schnöde vergessen, aber ihn niemals geflucht. Und wie hatten sie nun ihre Sünden beweint? Was hatten sie aufgeboten, um ihres Fürsten Gunst wiederzuerlangen? Aber sie sollten doch erfahren, was irgendwo gesagt ist. Rechts beharren ist das Beste, Rückfall ist ein böser Gast. Und dass es viel leichter ist, aus dem ersten Fall sich erheben, als aus dem zweiten. Es gab zwar viel Weinen und Beten in der Armen, durch Fleischesicherheit betrogenen Menschenseele, aber nun sollte erst das rechte Wehe über sie kommen. Einen Kampf sollte sie noch bestehen, auf Leben und Tod, in dem ihr Blut aus tausend Wunden fließen sollte. In diesem Kampf würde es sich zeigen, ob sie es wert ist, dass Immanuel mit seiner vollen Gnade sich wieder zu ihr wendet. Von wem anders aber sollte ihr dieser Kampf bereitet werden, als von ihrem Erzfeind, der zwar durch den ersten Kampf aus ihren Grenzen vertrieben war, aber darum noch nicht Ruhe gefunden hatte und in höllischer Ungeduld nur darauf lauerte, dass er mit größerer Macht als zuvor zu der unvergessenen Stadt zurückkehren und sie wieder in Besitz nehmen könnte. Wir wissen, dass nach der Vertreibung Satans kaum noch etliche Diabolianer in Menschenseele zurückgeblieben waren, aber schlimme Gesellen. Ich will nur einige nennen. Herr Hurer, Ehebruch, Mörder, Zorn, Zügellosigkeit, Betrug, Neid, Lästersucht. Fast das Schlimmste von allen war aber ein gewisser Herr Habsucht. Sie wagten sich zwar erst nicht ans helle Tageslicht, sondern lagen in fünsteren, schmutzigen Löchern an der Mauer verborgen. Immanuels Auge sah die Gefahr, die seiner geliebten Menschenseele von diesem Geschmeiß drohte. Daher hatte er ihnen nichts so ernstlich eingeschärft, als zu wachen, dass diese Diabolianer ja nicht einmal aus ihren Schlupfwinkeln hervorkriechen. Und wenn es geschieht, sollten sie dieses Gesindel ohne Gnade und Barmherzigkeit gleich töten. Aber Menschenseele war diesem Befehl je länger, je weniger treu nachgekommen. Und besonders zu der Zeit, als fleischliche Sicherheit die Gewalt in Menschenseele hatte, bekam das Ungeziefer neuen Mut. Weil es sich gar nicht mehr verfolgt sah, steckte es nicht allein die Köpfe weit aus den Löchern heraus. Die Schurken wagten sich auch mit etlichen Bürgern der Stadt Verbindungen anzuknüpfen, die sich das wirklich auch gefallen ließen. Als aber die Häupte dieser Diabolianer gar noch wahrnahmen, dass Menschenseele infolge ihrer schweren Versündigungen von Immanuel, ihrem Fürsten, und so von jedem wirksamen Schutz verlassen war, dachten sie schon daran, ihre vorige Herrschaft über sie wiederherzustellen. Sie versammelten sich in dem Haus eines gewissen Herrn Unheil, der ebenfalls eines ihres Gelichters war, und berieten sich darüber, wie sie Menschenseele am besten wieder in die Hände des Diabolus spielen könnten. Nach manchem Hin- und Herreden riet Herr Zügellosigkeit, es mögen sich einige der Diabolianer, die sich noch in der Stadt gehalten hätten, den Einwohnern zum Dienst als Knechte anbieten. Nimmt Menschenseele ihren Dienst an, so ist sie schon halb in ihrer Gewalt. Das wollte Herrn Mörder doch bei der gegenwärtigen Lage der Dinge ein gefährliches Spiel dünken. Menschenseele sei jetzt sehr aufgeregt und wolle alles tun, um sich nur mit ihrem Fürsten zu versöhnen. Wie, könnten sie wohl besser seine Gunst wiedererlangen, als wenn sie ihm die Köpfe der Diabolianer darbrächten? Nein, sagte er. Lasst uns klug sein wie die Schlangen. Sind wir einmal tot, so ist es aus mit uns. Leben wir noch, so wird der Sieg bald unser sein. Und wie wir ihn erlangen können, wird uns keiner besser sagen, als unser Fürst Diabolos selbst. Das leuchteten allen gleich ein und einstimmig beschlossen sie, zugleich eine Botschaft an diesen zu senden. Sie schrieben an ihn, großer Vater und mächtiger Fürst Diabolos, wir, deine Treundiener, die wir das von dir empfangene Leben in der rebellischen Stadt Menschenseele noch fristen, können es länger nicht mehr ruhig mit ansehen, wie du von ihr fortwährend so schmählich verachtet und verhöhnt wirst. Aber es ist vielleicht die Zeit der Rache gekommen. Die Stadt hat sich schwer gegen ihren Fürsten Immanuel versündigt und sein Zorn lastet auf ihr. Außerdem ist eine verderbenbringende Krankheit in der Stadt ausgebrochen. Du wirst diese Gunst des Geschicks am besten zu benutzen wissen. Darum eile herbei, gebiete, und du wirst uns zu deinem Dienst bereit finden. Herr ruchlos wurde zum Überbringer des Briefes bestimmt. Es dauerte nicht lange, so war er auf dem Höllenpforthügel und klopfte an das ehrende Tor. Der Pferdner Zeberus öffnete und allte diesem vorläufige Kunde von dem Zweck seiner Sendung mündlich gegeben. Stürmte der mit Jubel hinein und übergab Diabolus den Brief unter dem Freudenruf. Gute Botschaft, mein Herr, aus Menschenseele, von unserem treuen Freunden in Menschenseele. Wie ein glühender, reißender Feuerstrom wälzte sich die Nachricht durch die Hölle. Aus allen Winkeln eilten Beelzebub, Lucifer, Apollyon und die übrigen der Rotte herbei, um die Neuigkeiten aus Menschenseele zu vernehmen. Als der Brief öffentlich verlesen wurde, stand Zerborus vor staunender Freude wie angewurzelt da und vergaß fast darüber sein Amt. Als man die Nachricht vernommen hatte, stürzte man zur Höllenglocke. Furchtbar erdröhnte ihr Schall durch den ganzen Raum des Abgrunds, dass er erbebte und dazwischen ergoss sich aus den Hälsen der Bewohner der Hölle wie ein Meeressturz das Gebrüll. Die Stadt Menschenseele ist wieder unser. Hoch lebe Diabolus! Nach einiger Beratung überließ man auch Diabolus dem gefeierten Fürsten allein die Beantwortung des Briefes, dessen Inhalt einen so unmäßigen Jubel in der Hölle erweckt hatte. Er lautete so. Geliebte Kinder und Schüler, Hurer, Ebro, Mörder, Betrug, Habsucht und wie ihr weiter heißen mögt, seid alle gegrüßt von mir und euren Brüdern, allen Bewohnern des Abgrunds. Welche Freude, welch einen Jubel hat eure Botschaft, die wie durch die Hand des Herrn Ruchlos empfangen haben, unter uns allen erregt. So haben wir doch noch Freunde in der Stadt Menschenseele, die mit uns ihr den Untergang geschworen haben. Und sie ist dem Toten nahe. Sie ist mit dem Zorn ihres Fürsten beladen. Ihr Schutz ist von ihr gewichen. Krankheiten und Seuchen verzehren ihre Kräfte. Welch ein Tag unseres Triumphs, wenn wir die Banner der Hölle auf ihren Märkten und Türmen wieder aufpflanzen werden. Wie sollen unsere Schwerter in ihren Eingeweiden wühlen? Zu welchen Ehren sollt ihr, meine Sprösslinge, mein Fleisch und Blut dann erhoben werden? Und jetzt noch einmal, Sieger, wie werden wir unsere Herrschaft befestigen? Welche Ketten werden wir für sie schmieden? Mit welchen Wellen mögen wir sie umringen? Mit welcher Heeresmacht sie bezwingen? Es soll ihnen nicht wieder gelingen, diese Ketten zu zerbrechen, diese Welle zu überspringen, diese Heere zu vertreiben. und so wahr es auch ihnen schon zuvor gesagt ist, dass es am Ende mit ihnen ärger sein soll als zuvor und dass sie dann keine Gnade mehr von ihrem Fürsten je erlangen sollen. Aber noch steht uns ein Kampf bevor. Darum, ihr Getreuen, lasst es an keiner List, an keinem Mut fehlen. Denkt selbst nach, ob wir besser durch Schmeichlerei und Verführung oder durch heimliche Einschüchterung oder durch offene Gewalt plötzlichen Angriff zu diesem Zweck gelangen werden. Denn ihr seid an Ort und Stelle und könnt die Gelegenheit besser erspähen als wir, die wir noch fern sind. Seid aber, ihr wackeren Diabolianer und getreuen Söhne der höllischen Grube, der jetzt bereit, uns zu helfen, wenn wir nun mit der ganzen höllischen Macht kommen. Denn Einigkeit, ja, Einigkeit in dem höllischen Bund, das sei unsere Lösung. Aller Segen der Grube komme über euch. Lebt wohl. Auf den Flügeln der Hölle war Herr Ruchlos bald mit diesem Brief zurück bei seinen Genossen. Im Haus des Herrn Unheil warteten sie schon auf ihn. In welchen Jubel brachten sie aus, als sie ihn wohlbehalten in ihrer Mitte erblickten. Und wie steigerte sich ihr Jubel, als er ihnen den Brief ihres Fürsten vorlas? Sie bestürmten ihn dann mit tausend Fragen und nach dem Befinden ihrer Freunde im Abgrund. Es geht ihnen sehr gut, rief er, so gut, wie es einem an ihrem Ort nur gehen kann. Sie ließen ihre Freudenglocke ertönen, als sie eure Botschaft vernahm. Es folgte nun eine lange Beratung über die Aufgabe, die ihnen in dem Brief von Diabolus gestellt war. Zuerst wurden sie darin einig, dass sie alle ihre Verhandlungen fürs Erste noch geheim zu halten haben, damit Menschenseele keine Vorkehrungen gegen die Ausführung ihrer Pläne treffen kann. So dann meinte man doch, das letzte Ziel ihrer Bestrebungen könnte unter den gegenwärtigen Umständen nur das sein, Menschenseele in Verzweiflung zu stürzen, zu anderen Sünden, zum Hochmut. Zu einem zügellosen, gottlosen Leben würden sie sich jetzt, wo die Angst um ihre früheren Sünden sie fast verzerrte, nicht leicht verleiten lassen. Aber wenn man sie bereden könnte, es wird euch doch all euer Seufzen und Klagen, all euer Bitten und Flehen nichts helfen, eure Sünden sind zu groß, eures Fürsten Liebe werdet ihr doch nie wieder gewinnen. So würden die Einwohner vom Bitten am Ende ablassen und die Gnade Immanuels auf ewig verscherzen und dann wären sie ihre sichere Beute. Die Frage war nur die, wie man diesen Zweck am besten erreichen konnte. Dafür aber wusste keiner besseren Rat als Herr Betrug. Er meinte zuerst, dass mit offener Gewalt hier gar nichts auszurichten ist und kam im Grunde auf den früher schon in ihrem Rat gemachten Vorschlag zurück, dass sie sich Menschenseele zum Dienst anbieten sollten. Last, sprach er, so viele der Unsringen, die bereit sind, für unsere Sache etwas zu wagen, sich in fremde Kleider zu hüllen, ihre Namen zu ändern und wie Landleute, die von weit herkommen, auf den Markt gehen und sich als Knechte und Diener in der berühmten Stadt Menschenseele zu verdingen suchen. Werden sie angenommen, dann müssen sie zum bösen Spiel die beste Miene machen und sich verstellen, als wollten sie in dem Dienst ihrer Herren sich gleichsam verzehren. Gebt Acht, ob sie nicht in kurzer Zeit die ganze Bürgschaft so verderben und vergiften werden, dass ihr gegenwärtiger Fürst sich endlich ganz von ihnen abwendet und die Verzweiflung ist dann nicht weit. Kaum war dieser Vorschlag gemacht, als alle anwesenden Diabolianer wie ein Mann aufstanden, um zu einem so ruhmwürdigen trefflichen Unternehmen sich selbst anzubieten. Aber es würde ein zu großes Aufsehen erregt haben, wenn alle Diabolianer zugleich in Menschenseele hereinbrechen. Darum wurden fürs Erste nur drei gewählt. Herr Geiz, Herr Zügellosigkeit und Herr Zorn. Herr Geiz nannte sich aber weise Sparsamkeit, Herr Zügellosigkeit, harmlose Freude und Herr Zorn legte sich den Namen heiliger Eifer bei. An einem Markttag kamen diese drei auf den Marktplatz. Drei rüstige in die Augen fallende Burschen, bekleidet mit Schafspelzen, die fast so weiß waren, wie die weißen Kleider der Einwohner von Menschenseele. Und die Sprache von Menschenseele konnten sie auch reden, als wäre es ihre eigene. So fahnden sie in der arglosen Stadt bald einen Dienst, umso eher, als sie nur einen kleinen Lohn verlangten und desto größere Versprechungen machten. Herr Gemüt mietete den weise Sparsamkeit und Herr Gottes Furcht den heiligen Eifer. Der Bursche harmlose Freude aber konnte nicht so schnell einen Herrn finden, denn die Stadt Menschenseele stand jetzt in der Fastenzeit. Doch nach nicht langem Verlauf mietete diesen harmlose Freude Herr Wille, weil die Fastenzeit sich ihrem Ende zuneigte, damit er beides sein Vorleser und Aufwärter werde, und so bekamen sie alle ihren Herrn. Kaum aber waren die böse Wichter in die Häuser ihren Herrn eingetreten, als sie hier auch schon allerlei Unheil anzurichten begannen, aller Lastervoll, dabei schlau und verschlagen, verdarben sie die Familien, besonders das Hausgesinde, dessen Herrn von ihrer Verführung auch nicht unberührt blieben, besonders jener weise Sparsamkeit und der, den sie harmlose Freude nannten. Nicht so gut gelang es dem Dritten, der sich unter dem viel versprechenden Namen Heiliger Eifer bei dem Herrn Gottes Furcht eingeschlichen hatte. Sein gerade biedeter Herr fand bald heraus, dass jener nur ein heuchlerischer Schurke war. Und als der Bube das merkte, machte er sich bald aus dem Staube. Fast hätte ihn sein Herr auch noch aufhängen lassen. Sie hätten aber nicht die zähe Natur ihres höllischen Meisters haben müssen, wenn dieser kleine Zwischenfall sie in ihrem Vorhaben hätte irre machen sollen. Im Ganzen hatten sie ja so guten Erfolg gehabt, dass sie ja schon planen konnten, wann der Hauptschlag zu vollführen ist. Ein Markttag, meinte man, sei der beste Tag dazu. Da hätten die Leute so viel im Kopf, dass sie an einen Überfall am wenigsten denken würden. Da könnten sie sich auch am besten ohne Verdacht in genügender Zahl versammeln, so könnten sie desto leichter entwischen und sich in dem allgemeinen Menschengewühl verlieren. Infolge dieser Beratung wurde sogleich neue Botschaft an Diablos wieder durch die Hand des Herrn Ruchlos gesandt. Es war ein langer Brief, der einen weitläufigen Bericht über alle die bereits mitgeteilten Verhandlungen, Pläne und Beschlüsse der Diabolianer zur Verderbung von Menschenseele enthielt, so wie über die Vorteile, die ihre beiden Genossen bereits über die getäuschten Bürger der Stadt erlangt hatten, sodass nun schon alles zum Hauptschlag fertig sei. Sie bezeichneten Diabolus auch den Markttag, an dem sie losbrechen wollten, baten ihn, zur rechten Zeit mit ihrer Heeresmacht zu ihnen zu stoßen, versicherten ihn noch einmal ihrer ganzen Hingebung, Treue und Dienstwilligkeit und sprachen in überschwänglichen Ausdrücken von der Gewissheit des großen Sieges, der bald in ihren Händen sein werden.